Der Klimawandel ist omnipräsent und inzwischen auch spürbar für uns alle. Neben den langsamen, kontinuierlichen Änderungen des Klimas, nehmen gefühlt auch die Extreme in den mittelfristigen Witterungen und im kurzfristigen Wetter zu. Auch die Medien berichten kontinuierlich von Extremen. Beispielsweise werden in den USA jahrzehntelange Dürren vorhergesagt. Und häufig sind diese Dürren dann auch mit extremer Trockenheit und auch Waldbränden verbunden. An den Polen schmilzt das Eis sehr stark ab, mit allen Konsequenzen für die Flora und Fauna. Aber auch vor den Ozeanen macht der Klimawandel nicht Halt. Und auch diese erwärmen sich. Nun, grundlegend wird festgestellt, dass Extreme-Ereignisse zunehmen. Aber es wird auch darauf hingewiesen, dass es gerade in den Prognosen noch Widersprüche gibt. Besonders in Bezug zu Schönwetterlagen und Sturmzugbahnen. Gleichzeitig mehren sich aber auch die Hinweise, dass die globale und auch langfristige Erwärmung schneller voranschreitet als die Evolution. Es ist folglich sehr wichtig, sich mit der Rolle von den Extremen im Klimawandel genauer zu beschäftigen. Und deshalb ist diesen Extremen eine Lektion im Rahmen dieses MUX zum Klimawandel gewidmet. Nun darf ich mich kurz vorstellen. Ich bin Thomas Glade, Professor für physische Geografie an der Universität Wien und lehre und forsche seit vielen Jahren zu extremen Naturereignissen. Besonders im Kontext von Naturgefahren, von Naturrisiken und von Naturkatastrophen. Ich freue mich jetzt, diese Lektion zu moderieren. Und in dieser Lektion erwartet Sie eine Einordnung in die langfristige Klimaveränderung und die Rolle von Extremen in Zeiträumen. Verschiedene Videosequenzen, aus denen die Extreme sehr deutlich werden, werden Ihnen gezeigt. Und es werden über verschiedene Interviewpartner die unterschiedlichen Betroffenheiten, aber auch die Handlungsoptionen aufgezeigt. Wenn Sie jetzt mal wieder ab und zu sehen, Sie sehen uns beim nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.